Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Video über Terminkurven. Ich möchte dir einmal hier die neue Darstellung der Terminkurven von uns zeigen. So ein bisschen was dazu sagen, was kann man damit machen, was ist interessant, was gibt es Neues. Und so ein bisschen mal die Terminkurven vorstellen. Für mich im Trading, wir haben ja verschiedene Ansätze, sind die Terminkurven das absolute Nonplusultra. Also es gibt nichts im Trading, was besser funktioniert oder mehr Geld erwirtschaftet als die Terminkurven. Ihr findet hier noch die alte Ansicht unter mobile Ansicht. Ich habe die mobile Ansicht genannt, weil man die auch mit einem Handy sehr, sehr schön anschauen kann. Es ist ein bisschen anders als die neue Ansicht. Da ist es so, dass man die leider mit einem Handy nur so abgeschnitten sieht. Außer man hat ein bisschen größeres Handy und nimmt das quer, dann bekommt man es vielleicht gerade noch so drauf. So aber leider, also bei mir zum Beispiel, bekommt man es nicht ganz drauf. Das heißt, du kannst hier auf die mobile Ansicht gehen. Man kann hier draufklicken und schaut sich zum Beispiel hier die Terminkurve von Weizen an. Und dann kann man jeder beliebige andere Terminkurve jetzt hier auch auswählen. Zum Beispiel nehmen wir mal Reis. Und die ist immer aktuell, also immer vom Tag gestern, weil die Terminkurven beziehen sich immer auf gestern. Und man sieht hier unten die verschiedenen Kontraktmonate, hier die Punkte und hier den Preis. Das, was jetzt neu dazugekommen ist, sind die Terminkurven, die man jetzt hier in der Übersicht sieht. Also einmal gibt es hier oben für jeden einzelnen Markt ein Kürzel. Und man kann auch hier draufklicken. Wenn man hier auf Übersicht wieder geht, hat man die große Übersicht. Und man kann sehr schön hier einfach runter scrollen und hat halt eine Übersicht über die ganzen Terminkurven. Klicken wir mal eine an und schauen uns die mal ein bisschen genauer an. Zum Beispiel Gold. Ne, wo bin ich jetzt drauf gewesen? Ah, okay, das war nicht Gold, das war Mais. Und machen das Ganze mal ein bisschen größer, dass man es wirklich sehr, sehr gut sieht. Dann steht auch oben rechts in der Ecke immer das Datum, dass man halt genau weiß, auf was bezieht sich denn die Kurve. Und es bezieht sich immer auf gestern Abend zum Handelsschluss. Also die Terminkurven sind immer aktuell. Und die werden immer irgendwann nachts aktualisiert. Heute ist der 6.2., also bezieht die sich auf gestern zum Handelsschluss. Jetzt sieht man zum einen die einzelnen Kontrakte. Das sind die Punkte. Und hier unten stehen die Monate dann dazu. Ganz unten auch nochmal in welchem Jahr. Und man sieht das Volumen der einzelnen Kontrakte. Es ist leider, da müssen wir nochmal schauen, ob wir das ein bisschen besser hinbekommen, dass der erste Kontrakt ab und zu mal das Volumen abdeckt, wenn wir uns an einem Contango befinden. Also hier fehlt noch irgendwas. Das wird sehr wahrscheinlich an K sein. Also sind hier 157 K steht hier und K steht für 1.000. Also sind gestern im Frontkontrakt 157.000 Kontrakte umgegangen. Es wurde jetzt so programmiert, dass umso dicker oder umso mehr Volumen in einem Kontrakt stattfindet, umso größer ist der Kreis. Also ihr seht dann jetzt hier die Kreise zum Schluss ein bisschen kleiner. Die sind dann alle, haben eine Einheitsgröße, aber die anderen sind ein bisschen größer. Und dort, wo 100% steht, das bezieht sich immer auf den Kontrakt, der gerade am meisten Volumen hat. Also jetzt in diesem Fall auf den. Wenn wir uns mal sowas anschauen wie Gold, dann sehen wir, ah, okay, der Aprilkontrakt hat ja jetzt am meisten Handelsvolumen. Und nicht mehr der Februar oder der März. Und diese 100% bedeutet einfach, wie, also immer von diesem Kontrakt ausgehend, wie viel teurer werden denn die Kontrakte in der Zukunft. Also zum Beispiel der Juni-Kontrakt 2020 notiert ungefähr, machen wir mal ganz grob, 3,2% höher als der Aprilkontrakt 2019. Da hat man dann auch immer so ein Indiz da drauf, wie teuer so ein Markt jetzt zum Beispiel zu halten ist. Oder natürlich, wenn man in einem Contango Short ist, ist es natürlich ein Vorteil, wenn das dementsprechend hoch ist. Also hier auf der zweiten Y-Achse sieht man einfach den Prozentwert, immer ausgehend von dem mit dem meisten Handelsvolumen. Auf der linken Y-Achse sieht man ganz normal den Preis und hier oben links in der Ecke den Markt und noch das Kürzel. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir manche Kontrakte ein bisschen farblich anders dargestellt haben, so wie man das jetzt hier bei Gold sieht. Und zwar passiert das immer, wenn der jetzt zum Beispiel nicht mehr am meisten Volumen hat. Also schauen wir uns mal den Übergang an. Hier ist der Februar noch der meistgehandelste Kontrakt. Und hier switcht es von Februar zu April. Und dementsprechend ist dann hier der Februar auch andersfarbig markiert, dass man halt einfach weiß, oh okay, wenn ich jetzt in dem Februarkontrakt bin, dann muss ich doch so langsam rollen. Und ihr könnt hier sehr, sehr schön hin und her scrollen oder auch auf einem Tablet könnt ihr das mit dem Daumen machen. Es geht dann noch ein bisschen smoother als mit der Maus. Und man kann jetzt hier bis Anfang 2017, also knapp zwei Jahre, zurückgehen. Und dann kann man sich den ganzen Verlauf der Terminkurve einfach mal hier so anschauen. Was ist denn hier passiert? Gold ist natürlich sehr uninteressant, weil das der Markt ist einer der wenigen Märkte, der sich noch nie in einer Backwardation befunden hat. Anders sieht es natürlich da aus bei Märkten wie zum Beispiel Sojabohnen. Ist vielleicht ein bisschen interessanter. Da seht ihr, oh, guckt mal hier, eine Backwardation. Und da kann man halt einfach mal durchgehen und sich anschauen, wie denn das Ganze ausgesehen hat. Also einfach hier unten scrollen, nicht den Balken. Da hatte der Tobi nur ein Bildnummer eingefügt, dass man hier scrollen kann. Das kann man aber hier mitmachen. Wenn man jetzt in der Übersicht ist und man klickt jetzt zum Beispiel jetzt hier auf den Markt, dann kommt erstmal ein weißes Feld. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie wir es besser machen. Da muss man ein bisschen hoch scrollen. Und dann kommt man auch zu dem dementsprechend einzelnen Markt. Und hier in der Übersicht gibt es jetzt die Metalle. Da haben wir auch noch ein paar neue hinzugefügt, wie Aluminium, Stahl, Eisen, Zink. Für denjenigen, für den es vielleicht interessant ist. Oder Milch kam auch noch dazu. Der Weizen aus Kansas von der Börse kam noch dazu. Indizes, Anleihen und Währungen kann man sich ebenfalls anschauen. Und eine Sache, die wir auch noch hier in den nächsten Wochen aktualisieren möchten, ist, dass wir den Wix Future noch mit reinbringen möchten. Der wird dann hier bei Indizes zu sehen sein. Ich denke mal, das wird in den nächsten paar Wochen so sein. Ich weiß natürlich immer leider nie, wie lange es dauert. Meistens dauert es immer länger, als man das gerne hätte. Aber das ist auf jeden Fall von uns auch angedacht, dass das Ganze auch kommt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr mal gesehen habt, okay, was kann man hier beachten. Auch die Werte hier an der Seite oder unten mit dem Volumen. Und ich kann euch nur dazu raten, schaut euch die Terminkurven an. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann findet ihr auch noch einen Vortrag, zum Beispiel von den IB Days über eine Stunde und noch ein paar weitere Informationen. Und das sind super Informationen. Das sind die besten Informationen, die man bekommen kann an der Börse. Und ja, schaut euch gerne das Video an. Die Terminkurven werden bei uns täglich zur Verfügung gestellt und auch täglich halt immer abgedatet. Und ja, wie gesagt, man kann sich halt schön die Historie anschauen, um nochmal so ein bisschen zurück zu blättern.